freunde willkommen zu einem neuen video von basement 45 mit einem so nicht geplanten video denn der verstärker den ihr gerade euch anschauen möchte ist eigentlich ein teil von einem größeren verstärker test von einem verstärker review 4 bis 5 verschiedene verstärker in einer preisklasse allerdings ist es bei dem so als ich mir das mal von innen angeschaut habe dachte ich nein das ist mal was besonderes das muss ich euch mal so vorstellen so kam dieses video zustande das andere folgt dann sowieso sehr bald aber dieser verstärker hat es in sich und das wollte ich euch zeigen euch ein klein wenig vorstellen denn er hat nicht nur eine dicke dicke ausstattung nein er klingt auch noch wirklich wunderbar und sogar in seinen einzelteilen bluetooth wunderbar phono wunderbar da habe ich nicht ausprobiert aber warum sollte das auch schlecht klingen einfach ein richtig guter verstärker in dieser preisklasse von einer firma die ich bis dato nicht so richtig gekannt habe bc akustik aber lasst uns das ganze gerät einfach mal anschauen und danach sprechen wir kurz über den klang also viel spaß schaut euch diesen schönen sauberen aufbau an also selbst als nicht technik freak kann ich erkennen dass hier wirklich einfach gut und sauber gearbeitet wurde außergewöhnlich in der preisklasse ganz klar die zwei transformatoren ringkern transformatoren das ganze auch gar nicht so klein die sind richtig dick ich kann allerdings nicht erkennen was sie alles leisten so richtig mir ging es euch in dieser preisklasse die wirklich besonders ist so ein aufbau zu zeigen hier haben wir so ein abschirmblech da können wir gleich von anderen satten nummer reingucken hier haben wir vier elkos mit 6800 mikrofarad pro seite das heißt zwei pro seite mit 13600 mikrofarad hier wird irgendwo die von hofer stufe sein wahrscheinlich hier das ansonsten gucken wir uns das gleiche noch mal von hinten an denn das ganze bringt auch richtig richtig große anschlussvielfalt von hier kann man die saubere arbeit noch ein bisschen besser erkennen ausgangsstufen vier pro seite auch nicht ganz verkehrt habe ich in der preisklasse auch schon sehr viel weniger gesehen mir geht es jetzt einfach nur um den materialaufwand ich bin kein techniker aber dennoch kann ich dann doch ein bisschen beurteilen dass das was hier ist relativ schön sauber vor allen dingen verbaut ist und mit einem aufwand der vor allem in der preisklasse nicht immer üblich ist das ist der verstärker mal von hinten von der anschlussvielfalt kurz betrachtet an aus netzschalter kaltgeräte buchse dann haben wir hier ganz normale aber auch da relativ hochwertige speaker terminals für diese preisklasse unseren bluetooth empfänger dann seht ihr zwei symmetrische ausgänge zwei coax zwei optische ausgänge dann haben wir einen sogar ein sap out wir haben zwei normale line in eine vorne vor stufe ein usb port für upgrade und ein record ausgang das ganze ist natürlich dann mit dac und bluetooth und dieser vorne vor stufe wirklich mehr als genug ausgestattet finde ich in der preisklasse gibt es wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen aber dann wenn man sich das anschaut ich finde es einfach hervorragend zu wissen dass ein verstärker so aufgebaut ist es ist einfach irgendwie beruhigend für mich als nicht techniker zu sehen okay da wurde ein bisschen aufwand betrieben die meinen es relativ ernst das ist sauber konstruiert wenden wir uns das ganze von vorne anschauen dann haben wir von links nach rechts einmal den standby button der wunderbar blau illuminiert ist sieht schön aus es ist vor allen dingen nicht so hell den kopfhörerausgang was travel und balance regler den direkt knopf der natürlich wieder alles umgeht die ganzen klangregelung das ist allerdings sehr sehr hell wieder abends kann man aber wunderbar deaktivieren wenn man es möchte ich habe immer mit direct on gehört mp3 anschluss der lautnis knopf direct oder lautnis dann haben wir hier die eingangs wald schalter und zwar wir können das ganze das dauert immer ein bisschen dann schaltet das um drücke ich noch mal drauf habe ich jeweils den anderen eingang der dazu steht ja also allein 1 oder man hört es immer wunderbar knacken line 2 dann rot und so geht das durch ich habe natürlich die meiste zeit auf der vorne vorstufe gehört und die ist rot das habe ich noch gemerkt ansonsten haben wir dieses wunderbar sehr sämig gehende den volumenregler hier eine fernbildung dazu das kann man sehr feinfühlig alles einstellen also ist wirklich sauber gearbeitet vor allen dingen zu dem preis ich sag's noch mal ich finde das einfach nur faszinierend es ist jetzt kein high end produkt das will es auch gar nicht sein der ex 234 stereo integrated amplifier vor allen dingen das problem oder das gute an der sache ist er klingt auch noch gut er klingt auch noch richtig gut und darüber reden wir jetzt ja jetzt kennen wir den verstärker also ein bisschen und ihr wisst vielleicht warum ich so angetan davon war auch als nicht technik fan oder freak oder jemand der sich damit nicht so gut auskennt wie vielleicht vielen von euch da draußen es genauso geht es ist einfach schön zu sehen wenn man so etwas aufgebaut zieht so eine material schlacht zwei transformatoren das deutet alles gleich auf gute qualität hin auf jemand der sich vielleicht gedanken gemacht hat was er da zusammen schraubt wie ihr da zusammen schraubt und dann auch noch in dieser preisklasse von weit unter 1000 euro finde ich das einfach nur stark gefällt mir sehr sehr gut gibt es hier und da wahrscheinlich von einem anderen hersteller auch so weit unter 1000 euro wird es dann doch relativ knapp und da das ja eigentlich nur ein auszug aus dem großen testbericht ist wollte ich euch sagen wie der bc 234 eigentlich klingt und zwar habe ich ja seit einigen wochen die travel concerto stehen und sie macht es mir relativ schwer irgendwie eine vernünftige abstimmung zu finden ich habe jetzt in den letzten wochen mit der aufstellung gespielt da wurde es deutlich deutlich besser und dann habe ich den bc akustik rausgenommen angeschlossen ja was soll ich sagen er hat einfach kontrolle über den lautsprecher das ganze wirkt vom im bassbereich sofort strukturierter ich finde erreicht sehr sehr tief hinab es ist super strukturiert wir haben einen einen hochton der ist informativ der nervt aber nicht ich würde das nicht als warmen verstärker bezeichnen aber ein verstärker der dann doch ohne informationen zu verschweigen oben vielleicht ein klein bisschen abrundet so so empfinde ich das selbst bei der revel hier und ansonsten gibt es keine brüche das ist das wunderbare ein verstärker ohne brüche ich habe die letzten wochen mit dem jetzt hier gehört und es gefällt mir einfach vor allem natürlich diese hervorragende foto vorstufe angeschlossen an dem rpm 9 mit diesem so micro für 1000 euro und es fehlt nichts also da haben sie sich wirklich mühe gegeben oder bisschen hirnschmalz einfließen lassen denn jede sektion des verstärkers klingt einfach wunderbar oder einfach gut selbst bluetooth die funktion die für viele als notlösung gesehen wird um mal ein album vorzuhören oder mal was einzuspielen so geht es mir zumindest selbst hier konnte ich in aller ruhe ein album genießen einfach vom handy gestreamt ob auf prime oder auf sonstigem einfach nur eine verstärker weitergegeben per bluetooth und man konnte es wirklich wunderbar genießen es war nicht dumpf es war nicht so hell es war vor allem auch nicht so dünn sondern hat das immer so verarbeitet dass es einfach spaß gemacht hat ohne allerdings die informationen die in einer aufnahme sind ja zu überschatten zu übertünchen oder zu dick zu pinseln sonstiges es hat einfach spaß gemacht und das mit einem verstärker in dieser in dieser preisklasse der so aufgebaut ist so eine ausstattung bietet xlr ausgänge zusammen optisch habt das ja alles gesehen für mich war es einfach nur schön zu sehen ja ich habe ein verstärker der einfach alles bietet der den vinyl enthusiasten bedient der mal schnell auf einer party eingesetzt werden kann oder man sich schnell mal mit dem handy verbinden kann um einen song durchzuhören wenn was ist das ist heutzutage finde ich sehr sehr wichtig wenn es dann noch einem gelingt ich finde ein quereinsteiger vielleicht das so gut zu machen so auf einem hohen level das ist jetzt kein günstiger lautsprecher und bisher ein sehr sehr schwieriger lautsprecher für mich nicht um damit klar zu kommen aber ich denke der braucht noch ein bisschen zeit mit dem bc akustik hat das ganze einfach ein ganz anderes level erreicht und der lautsprecher hat sich beruhigt hat sich deutlich beruhigt auch in seiner in seiner macht in seiner in seinem bass schub nenne ich das ganze mal in seiner hochton performance sowieso und es wurde einfach ja ein high fidele bild ohne ohne ecken und kanten sauber aufgelöst eine schöne bühne vor allen dingen einen richtig schönen kontrollierten bass obwohl er ich bin da kein techniker nur 6800 mikrofarad pro seite zur verfügung hat als als speicher volumen quasi aber ich glaube darauf kommt es gar nicht an wie ich in diesen verstärker gesehen und vor allen dingen gehört habe denn hier ist wissen was zu kontrollieren und das macht er einfach hervorragend auch mit den anderen lautsprechern mit der akustik energy a 100 ist unten oder sogar mit der musical fidelity ls 3 strich 5 muss ich euch sagen das ganze funktioniert also da hat bc akustik so einiges richtig gemacht die haben auch nur drei produkte einen kleinen verstärker den großen voll verstärker und ein cd player und ich glaube aber noch so ein all in one also vier produkte wenn es so weitergeht das ist das größte der größte voll verstärker aus dem programm ja dann können wir uns ein bisschen auch ein bisschen was gefasst machen was da noch kommt denn nochmal ich finde ob das jetzt nötig war weiß ich nicht kann ich nicht beurteilen ist es ein beruhigendes gefühl ja so viel material zu sehen in der preisklasse wo viele einfach noch mehr anfangen zu sparen gerade in diesen preisklassen oder wo viele technik ansetzen die mir persönlich einfach nicht so zusagt und von der wir wissen dass es sehr viel günstiger ist diese technik einzusetzen nein hier wird sich hingesetzt und sagt okay was brauchen wir nein 22 transformatoren für genügend schub für genügend leistung für genügend strom einfach liefern zu können und ich denke das macht sich in diesem sehr sehr ruhigen nicht warm wohligen ton aber das ist einfach eine ruhe der verstärker strahlt oder spielt mit einer ruhe die es mir ermöglicht selbst von einer revel concerto sich hinzusetzen und zu sagen ja jetzt kann ich genießen egal ob jazz pop also pop billy eilish oder sonstiges rock metal natürlich in verbindung verstärker und dieser lautsprecher wow das hat schon wirklich live feeling live gefühl wenn ich allerdings den verstärker so wie ich es höre abends oder nachts betreibe mit den lautsprechern habe ich ein volles klangbild ich habe ein ich habe die details sind da die werden aber nicht zu über präsentiert das ist einfach selbstverständlich fließend so würde ich das sehen ein wunderbar fließender klang der erst mal nichts zu wünschen übrig lässt und das ist richtig richtig cool heutzutage und die vorne vor stufe wenn ihr einen verstärker sucht ungefähr in dieser preisklasse und ihr wollt platten hören das ist momentan von der vorne vor stufe mein favorit also wirklich wirklich eine ganz ganz große nummer und ich will auch wieder nicht zu viel reden da sollte nur eine kurz vorstellung sein aber ist auch egal ihr sollt alles mögliche über den verstärker erfahren ich setze euch noch paar links in die video beschreibung damit damit ihr das einfach noch ja nachlesen können was ich so alles erzähle und natürlich noch deutlich mehr infos habt also seid ihr auf der suche nach einfach guten hi fi guten verstärker voll verstärker mit mächtiger ausstattung der auch noch richtig mächtig klingt viel spaß und willkommen bei bc akustik freunde das war es jetzt von dieser seite von dem verstärker da kommt noch ein relativ großer vergleich nur ich kann nur vergleichen und euch etwas erzählen was ich auch wirklich selber gehört habe über tage wochen es geht um vier verstärker da muss ich sehen wie ich das aufbaue damit das kein fünf stunden video wird kriegen wir aber alles hin und bis dahin wünsche ich euch ja bleibt gesund bleibt sauber und wir sehen uns beim nächsten video bis dahin macht's gut